Bitte, lassen Sie uns allein. Bitte, lassen Sie sich nicht. Wie findest du es hier? Wie denkst du es? Ich kann nicht sagen, dass ich es nicht warnen. Coffee? Ja. Nein, bitte. Sie sehen, dass es eine Dreckige Rolle auf dich ist, Amy. Du hast deine Manners vergessen. Ich sage es, es ist eine Unbezügliche Wunschung zu sehen. Es ist eine Unbezügliche Wunschung. Eine Sache, dass du in diesem Ort wirst, dass niemand hier kommt, wenn sie in trouble kommen. Nobody. You're in trouble, Colonel Krieger. You can't have done your career much good having to hand me over to the Gestapo. They must think you're losing your touch. But then again, they don't go in for the smooth approach, do they? How astute. But then that's often the case with you people. Lochheim. Oh, yes. I know a Jew when I see one. I can't imagine what the Gestapo wouldn't do to you if I were to mention this. You are, if I may say so, their favorite kind. Lochheim. Have you got that? Yes, I've got it. But it'll be difficult for her. They've been keeping her awake for questioning. To stay up another night, even if they leave her alone. She'll manage. But she has to get the message today. You sure you can do that? Good luck. So it's tomorrow night. Now, once we've got her out, myself, Liz and Amy go straight on to meet the plane. Can you make sure that Claudine keeps Krieger in Goulancourt when all this is going on? I can ask. You've had a message from area two about MA. It's the go-ahead. I'm afraid not. It's do not attempt rescue. It can't be true. What, someone in London having some sense? It's not completely impossible. It's a mistake. It must be. I have to go. Think of other things. The future. Believe me, it's best. We're going ahead. I thought you upper-class Englishmen always obeyed orders. We need a car. What? To get away in. You'll have to find your own. Without clearance from London, you get nothing from us. You're not the most popular group in London yourself, you know. Of course not. We're communists. We understand history. The Nazis aren't going to be here forever. And the British government isn't going to arm a Future Workers International just across the Channel. What I don't tell them, London don't know. What are you offering me? I need a car. In return for a car? Weapons. Let's have a drink. Something more like, Jason. Let's go. Goodbye, Jason. Listen험 is not going to alarm a procrastinate. This has no way, this is why. But I would like to know if this one guy says, What if we did last,уки? It was the best. Well, we have at stake in the uprising. Now let's go. Wenn wir zurückkommen sind, würde ich uns nicht sein können. Wir können nicht weitergehen. Es wäre anders, Liz. Aber warum? Wir sind immer die gleichen Leute in England. Du hast eine Frau, und ein Kind. Wenn es nicht für Vicky wäre, würde ich nicht nach Hause gehen. Es ist verrückt, ist es? Ich habe Angst, für jeden Minute, für jeden Tag. Ich habe noch nie so vielmehr. Ich würde mir das für die Welt wünschen. Ich würde mir nicht mehr wünschen, für die Welt. Ich würde mir nicht mehr wünschen, auch nicht. Nicht für nichts. Du hast mich zurückgekommen. Du hast ihn. Dann geht's dir weg nach? Dann geht's dir weg nach dem Tod. Run! Das ist für Sie! Sie haben einen Alarm! Sie sind auch! Das war's für heute. Das war's für heute. Du, schnell, ich hab' Kontrollen! Scheiß doch! Fall auf die Reise! Ich hab' Kontrollen! Scheiß doch! Fall auf die Reise! Ich hab' Kontrollen! Stop the car! Stop! I'm staying. Staying? I couldn't tell you before. There's nobody else. Forgive me. Good luck. Good luck.